Hallo und herzlich willkommen zurück zu Troubled Terrace Town, hier auf der heißen Map Magma, mit dabei ist Dina Wooker, der Traitor Mr. Wanda, der Reaper, der Nana, der Mr. Coke, und zu GredAid, Wanda ist Traitor-Kollege, der Inno-Traitor-Snay. Es tut mir leid, ihr müsst ihn wiederbeleben, es war meine Scham. Ey, lass die Leiche hier, du lässt die Leiche hier jetzt, nee, nee, lass die Leiche am Boden, lass die Leiche am Boden, Mann, jetzt lässt du die Leiche einfach am Boden, leg sie hin. Wenn du dir runter zweist, ist es gut, Coke, lass die Leiche. Ich will ihn nicht mit der Ära weisen. Du lässt die Leiche Ruhe, Mann, es ist das, was du. Ich lasse die Leiche einfach. Hier oben hat er seine ewige Ruhe. Nein, ich tut mir was, Coke, ne? So, Nana, lebt wieder Nana. Du wachst den Ausgang. Ähm, das denn was, wenn du den so schnell wiederbelebst? Weißt du, wer es ist, Nana? Du warst das, ich hab genau gesehen, wie der Schnee von dir gefunden ist. Schreib an die Wand, wenn du weißt, das ist mir der Koma. Deine Flöckchen, ja? Okay, weißt nicht. Meine Flöckchen, ich hab was. Ja, ich mag es nicht, aber trotzdem muss er nicht gegen Menschen gerichtet werden. Weiter. Weißt du es jetzt nicht, oder? Ey! Es ist ne Schuhe, Mann. Schürtet, Reaper. Eskaliert. Eskalation. Huch. Huch. Huch, komm wieder los, Alter, Alter. Ich glaube, ich hab Reaper erschossen. Ah, Mr. Coke ist da, ja, oh no. Ja. Der war doch noch ein Schuhe. Ne. Oh, Gott. Das heilt's grad irgendwie. Ähm, wüsstest du, dass es Coke ist, Nana? Hä? 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 Da haben wir in der Aufnahme, Cyberbot. Hi, wir hatten Zuschauer von den Typen da. Es war Navoka. Was? Ich hab die neue Waffe, ist die gut? Was war ich? Ich bin unschuldig. Ich bin durch deine, ähm, dein Pass gestorben. Reaper macht die neue Waffe damage. Ja, das tut mir sehr leid. Ich wollte auch, dass ich die wiederbewege. Die neue Waffe macht die gut damage. Keine Ahnung. Ich hatte extra Gewacht, was du weißt. Navoka kann das, glaub ich, wissen. Da, warum macht die gut damage, die neue Waffe? Äh, eher wie ne Pistil, glaub ich, wenn ich das richtig... Ne, ich wollt's nur wissen, ob die wie ne Diegel ist, deswegen. Ne, 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 die ist eher wie so ne Pistil, irgendwie. Äh, vorsichtig, ich zerschieß hier die Fässer, also bitte mal. Hä? Den soll er mir auch? Er hat die Warnung gemacht. Weaver, du darfst dich nicht beschweren. Da kommt ne Disco angeflogen. Hahaha. Alter. Im Ernst? Hä? Ich hab seine Diegel bekommen, das ist doch leid. Ja, nun, äh. Die Garnel in Sop 2 und die Pistole in Sop 3. Ich bin besser. Okay. Das ist 2 oder du, sag mal. Wow. Juhu. Alter, ich geh ab. Das sagt ja. Ich schätze mal, das sagt ja. Na, na, beweg dich am besten. Wie ist Navo jetzt gestorben? Bist du untergebracht? Äh, Navo ist durch ne goldene Diegel. Okay. Ah, warte, darf die doch wieder hoch? Oh, ich hab's doch geschafft. Das war ziemlich knapp. Und Navo hat's verdästig gemacht mit den Schlotzen. Ach da. Mit dem Himmelschloss? Was? Papi rein? Feuer in Feuer werfen. Na gut. Achso, da ist Navo. Achso, da ist Navo. Okay, du diegel ist noch Gold. Du hast noch Einschreit. Wir haben jetzt den Virus im Echtleben. Wir haben jetzt den Virus im Echtleben. Was? Sie? Na, na? Ja, hier. Na, was muss ich sagen? Na, wenn du mal die Füße anguckst. Du Füße an, bist du Hautarzt? Ja, ja. Und das sieht ganz schlimm aus. Du solltest mal... Du solltest ins Krankenhaus gehen. Ja, okay, ich... Ich wollte mich so mal umzusuchen. Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist das... Ja, dann... Dann komm mal mit, komm mal mit. Ey, ich komm schon mit. Das ist ein Risiko, ne? Das wissen sie, ne? Weiß. Ich folge Ihnen. Ja, na, na. Naja, ich bin geprüfter Hautarzt. Achso, soll ich geprüft werden? Wann war... Ja, oder? Okay. Ja, ne, das wollte ich mal sagen. Ich bin... Da oben drin. Da geht's im Krankenhaus. Wer ist noch? Achso, okay, gut. Wann war... Ja, der, der Navo erschossen hat. Äh... Na, wo wurde mit einer guten Diga erschossen? Ja, ja. Wer? Ja, okay, ich geh mal links. Aber wer... Slay hast du Navo erschossen? Ja. Okay, gut. Ja, schade. Wann war es proven? Dann... Ich, Nana oder Cyber. Einer von uns dreien ist es. Eberfalls ist er auch schon tot. Jo, keine Ahnung, wie der gestorben ist. Na, Nana oder Cyber. Ja, stimmt, stimmt. Da war was. Genau. Da war was. Da war das? Was war was? Okay, Cyber, Nana oder... Ja, Cyber, Nana oder du... Also, ich bin... Ich bin eigentlich proven. Wieso bist du proven? Keine Ahnung. Ich weiß... Ich weiß wie auch gerade. Warum? Du hast... Du hast... Nur weil die Lowlife hast du Sinn. Ja, aber nein. Nein, weil Coke die äh... Fässer ja zerstört hatte und ich mit ähm... Reaper da in... in der Nähe stand. Aber deswegen bist du ja nicht proven. War ja Inno. Der hat die Fässer ja entschärft. Der hat's angekündigt. Haha. Der hat ja nicht versucht, jemanden damit umzubringen. Ey, jemand hat Feuermagie, glaube ich. Habe ich gehört. Glaube. Aber Feuermagie? Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte möglich sein. Ich glaube, es ist sogar Cyber. Wie fern? Ne, der hat auf Fässer geschossen. Woran war das? Dachte. Und ich bin unten im Untergeschoss. Das ist gefährlich. Untergeschoss geht gerade gar nicht. Herr Zahra, ist dein Target hier? Hallo, Nana. Was? Wie bitte, Herr Detektiv? Was ist denn? Ist dein Target hier? Komm nur hier von unten mit dem Aufzug. Nein, ich bin kein Ziel. Weg da, weg da, weg da, weg da vom Abgrund. Ich hab nur ein übles Fuß. Ich hab übles Fuß. Weck da, Disco. Ja, kommen Sie mit. Ich gehe mal zusammen zusammen. Sie haben schon gesagt, ich muss warten. Das dauert so lange. Alles klar. Mhm. Also, wenn ich so eine Reihenfolge mache, Cyber ist am verdächtigsten, dann kommt extra, dann kommt Nana. Ja, Cyber, dann komm mal raus, ne? Cyber, Nana, und dann komme ich, ja gut. Ich weiß ja, ich weiß ja, was ich weiß. Banane! Okay. Der war's. Cyber, Cyber. Cyber hat die Bananen geworfen. Pass auf. Nicht, dass du mich jetzt von hinten wegmachst. Ja, Cyber auf jeden Fall. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich glaube, der ist da in den Lüften. Also, ich konnt's definitiv schon mal nicht gewesen sein, weil ich stand da hinten bei der Dings und ja. Ja, ja, es hat ja auch Cyber gemacht. Also, konnt sich Nana und Cyber eh dueldieren. Hey, ich hab Cyber, dass du das nicht gesehen gehabt. Ich hab's nämlich auch nicht gesehen, dass Cyber ist. Nana, ist der da? Au! 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 Mach mal die Tee-Kollegen-Show! Mach mal die Tee-Kollegen-Show! Meine Tee-Kollegen-Fan, wenn man fehlt so früh! Die für das blöde Fast irgendwie laut hinzugeflogen! Ey! Na, na! Hast du mich gerade gekillt? Ja! Ja! Keine Waffe suchen! Und ich schieß da auf die beiden Fässer und die beiden Fässer pustet das eine, auf das einfach den Gang entlassen! Ähm, Cyber, Nana... Was? Keine Waffe suchen, Nana! Was? Keine Waffe suchen, Nana! Ja! Oh! Den Degel ist schon weg! Achso, keine Waffe suchen! Aber ich hatte keinen Beweis! Nein! Nein! Ich sagte keine Waffen suchen, weil ich ihn Fässer hatte! Ich wollte... Ich hatte Deter als First Target, war ein bisschen scheiße! Da, also war doch... Dezent, ja! Dann... Ja! Ich muss den Fässer holen! Ich hatte einen Fässer! Ja! Muss ich! Ja! Geht mir weg, Fässer! Aber wo muss der endlich? Ich hatte ja die Golden Degel schon gehabt! Aua! Ich hatte den Schilderraum! Bin weg! Okay! Okay! Du Fässer! Wow! Der Deter ist auf mich aufgefallen! Er hat nicht runtergefallen! Ja, besser als wenn ich Schaden kriege! Du hast ja auch Schaden bekommen! Ja, aber nicht so viel! Ich geh am Anfang da nicht mehr runter! Nein, 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 nein! Wie glaub ich grad den Labeabkunden, Kumpel? Au, au, au! Hallo? Aieieieiei! Hab ich gerade gemäßt! Hallo! Hallo! Nein, 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 nein! Ja! Ist das Paterno von diesem echt gemäßt? Kann das auch? Ne! Geht auch! Ne! Komm hier oben, wenn ich hier oben bin! Au! Dings! Hier, äh... Exel hat den Poison Dart gegen mich eingesetzt! Okay! Alle Baff Exel! Alle Baff Exel! Oh! Nice! Er hüpft rote Pamm! Ach Gott! So, Navo! Entschuldigung! Guck dir mal die Leute an! Ich, äh... Mach gleich was! Hammer! Hammer! Verteilt euch mal! Wie so... Nutella aufm Brötchen! Der Vergleich ist komisch! Jetzt ein Nutella aufm Brötchen, ne? Ja! Der Vergleich ist ja komisch! Hey! Wir sind schon wieder zu selbst gestern! Wow! Ist die Map wie ein Donut aufgebaut? Wie? Torusförmig, wieder! Oh nein! Oh nein! Ach komm, das reicht als Zeit! So, Navo wird wiederbelebt! Wenn ich erschossen werde, ist das übrigens Cyber! Bin ich mal bei dir! So, Navo! Hast du dir in der Zwischenzeit angeguckt? Wer... Ja? Ähm... Ist das Cyber? Nein! Ist das Ex... Ähm... Ist das Coke? Ist das Snail? Dein Erstmann! Ist das Nana? Nana! Erschießen! Was? Sonst noch mehr? Ganz ehrlich! Güterarbeit! Ich habe sie nicht mal getötet! Aber trotzdem bin ich es gewesen! Sie hat dich... Sie hat dich... Sie hat dich backdated und du warst gerade shoppen und hast genau dann getrunken! Also das war mal den Thronabschussweeper, ne? Ach man! Ja, der hat den Thronabschussweeper, ne? Der hat den Thronabschussweeper, ne? Ach man! Das ist mies! Als einfacher Rat, wenn jemand schon tot ist und der DT lebt noch, tu nichts Traitor-like! Ach, wieso? Mach doch Spaß! Vor allem, wenn derjenige sagt, ich warte ab, damit die tote Person sich was angucken kann! Da gucken wir uns die Leute an! Das war doch die Warnung! Keiner reagieren! Ja! Ähm... Keiner am reagieren, weil... Puh! Keiner! Und ich würde eigentlich Rieber vergiften, dann ist Navo noch in den Weg gerannt! Äh, ich mach mal kurz das Fass selber! Scheiße! Scheiße! Oh, Snell! Oh, Snell! Oh, Snell! Snell, das war zum Abschuss! Detektivbefehl! Wann war ich für dich hier durch? Der Deter liegt! Also das hätte ich jetzt auch ohne Detektivbefehl sogar gemacht! Und Exe ist... Hallo Exe! Was bin ich? Ah, Wollschein ist tot! Exe ist mit mir im Aufzug! Er ist suspekt! Uh! Er ist suspekt! Weil du gerade sehr komisch um die Ecke gelaufen bist! Und Nana ist mir gerade auf den Kopf gesprungen! Äh, wo warst du denn? Du warst doch oben! Hinter dir, du Nase! Scheiße! Er hat ne Nase! Ich hab unter Tab geguckt in dem Moment, aber gut! Scheiße, er hat ne Nase! Ach ja, ASDF ist so toll! Oh ja! Scheiße, er hat ne Nase! Hallo! Oh, Scheiße, er hat ne Nase! Da, 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 da! Genauso! 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 Okay! Stimmt! Ne! Das ist die Indoreiche! Der Claw ging, der Claw ging, der weiß zu irgendwo rum, das ne! Echt? Leute! Leute! Seid bei der Nase! Wir müssen ihn töten! Ja, stimmt! Hä, Wanva hat ne Granate geworfen! Heiliger Wanva! Ja, ich sag auch noch, der wirft ne Granate! Ihr geht da nicht weg! Sorry! Ich war ganz anders beschäftigt! Wanva ist tot! Der ist runtergefallen! Hab ihn getötet! Gottach! No, Stasis! No, was geht ab, Code! Halekse! Der ist im Glock, ich weiß irgendwo! Unten, unten, unten! Da hat der Täter abgenietet! Was? Nein! Hat er nicht! Aha! Hat er nicht! Hat er nicht! Ah! Weiß nicht! Hier oben bei mir ist gerade einer gestorben! Einfach so! Ich seh's, ich hab's nicht grad noch gesehen! Es ist irgendwo hier unten, Lechse! Nein, hast du nicht! Eine Coke! Okay! Ich hab dich gerade! Hier ist einer! Hier ist einer! Nein! Na, nein, 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 nein! Das gehört meinchtigkeit! Nein, 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 nein! Haum, Danke! Ich konnte nicht wissen, dass du reENks Tage darauf hattest Warst du wahr? Ah, das war absolut sehr aufzusteig... Altyholy! Ich seh sofort, gibt die Granate, denn es geht da keiner weg, bleiben einfach alle da stehen! Moment, sieht als Granate so als ungefährlich derzeit schon an... Ja, 9 dividers... Dumm, Du siehst nicht mehr, die er Baptmen denn collaboriert, werden wir benutzt hatten Du hast ne komische, wie wenn du Hitzes anguckst in der Luft, so viel fliegelungen. Ja du kennst doch die Hitzes fliegelungen und sowas. So, wir sind sicher. Alles safe. Leute, ich komm nicht mal auf zu gucken, da liegt ein Fass drauf. Schieß! So ist weg. Huch, was war das denn für ein Geräusch? Meine Ohren sind erstmal weg, würde ich sagen. Achja, was meint ihr? Wo kommt dieses Zitat her? Leute, wo kommt dieses Zitat her? Freut ihr euch? Sind das eure Knarren oder freut ihr euch mich zu sehen? Wenn ich den Family Hills komme, welcher Teil weiß ich glaub nicht. Drei. Drei, ja. Das war doch mit Wonderworld, oder? Ja, ja. Drei. Hallo. Huch. Hallo Fyber. Hi. Nee. Möchtest du sterben? Ich hab dich gewartet, ne? Ich hab dich gewartet, ne? Ja, ich töte euch mal gleich. Passwort hier gesnipert. Das war bestimmt der Holi, die er gerade geworfen wurde. Bin zu fällig, da passen wir zwei hier lang. Ja, Cyber schießt hier so ein bisschen durch die Gegend. Ich schieß hier alles exklusive weg, damit Blüte nicht stirbt. Ich werd in die Ecke gedrängt. Hey, sei doch froh, ich beschütz dich, dass du nicht stirbst. Ich bin ein netter Typ. Alter, da ist gerade einer von mir gestorben. Okay, wir sind sicher. Alle vier sind sicher. Ja, wir sind sicher. Was krieg ich mit meiner Nettigkeit? Wir überleben die Atombombe. Ja. Wir überleben die. Genau. Wir sind alle deutlich sicher. Ja. Äh, wann war, was hast du da in der Hand? Nein, ich mach jetzt keine Insie. Das wäre sehr sozial. Warte, ich mach was anderes. Da kommt leider, da kommt leider. Hier kommt der Holi. Hallo. Ah, hat die mit rein? Ja. Nein. Warte, warte, jetzt. Hup! Ist jemand gestorben? Oh! Nein, ich! Weeber, wo ist der denn? Äh, ich. Hier war ein Weihnachtsbaum. Nee, Mann. Hier ist ein Pfefferminztees. Warum macht sowas? Oh, weiß. Oh, weiß. Oh, weiß. Oh, weiß. Oh, weiß. Oh, weiß. Bitte, bitte, bitte. Ganziyorum. Oh, ein Schneemann. Na, wo habt ihr euch versteckt? Wo habt ihr euch versteckt? Hinter dir! Tatsächlich? Du hast das gesehen, als du bist hier drin. Du bist hier drüben raus. Da versteckt er sich im Teeraum, ey. Da kämpft er wieder, ey. Pass mal, ey. Wer kämpft? Oh. Oh, bist rausgegangen aus der Versteckung. Ach, das ist... Ja! Ich fand's so witzig, wie du sagst. Hält er dir das neben dir sich um und schießt einfach mal? Weißt du, ich wollte da so schön den Schneeball reinschmeißen. Was ist genau in dem Augenblick, wo ich das Ding werf und geht Coke mitten in den Wegrad. Äh... Da ist Coke! Ich wollte ne Inzi Winzi da reinschmeißen. Winzi Winzi. Das hast du ja auch getan. Die windermige Inzi. Inzi Winzi. Also ich bin durch die Inzi gestorben. Ähm... Du bist verkokelt. Coki. Rippa, warum bist du nicht gestorben? Ähm... Aber... Äh... Ich spreng gleich die Fässer mit ner Discombo. Ähm... Wahrscheinlich weil er noch heute lebt. Ich hatte... Ich hatte... Ich hatte ein Fade gehabt, ja. Rippa hatte wahrscheinlich auch eins. Nein. Nee, hatte ich nicht. Okay... Vorsicht... Vorsicht, Detective, wir spreng die Fässer. Wann hast du das Fade geholt? Äh... Kurz bevor wir... Äh... Alle gestorben sind auch in der Ecke. Das war sehr knapp, ne? Das war sehr knapp, ne? Wisst ihr was Adrenalin ist? Es war knapp, aber nicht zu... Au! Leute, warum brenne ich hier noch immer auf... Leute, von der Leiter runter! Was soll der Hauch von mir? Ich war zuerst hier oben! Karteleine, weg! Mr. Coke, äh... Exel, wollen wir mal ne Mutprobe machen? Okay. Was ist denn Mutprobe? Wir stellen uns hier unter den Fahrstuhl. Jemand fährt ihn runter und der, der als letztes runter geht, hat gewonnen. Da ist ne Granate! Vorsicht! Ich bin aber nicht veruntert oder so. Ich bin nicht veruntert. Disco! Okay, das ist mir irgendwie zu gefährlich. Verfahrt du den Arsch! Oh, jetzt steht... Der steht runter. Der steht weg runter. Es ist eine Mac's Handys da höher. Ich hätte keine Discos mehr werfen. Na, noch Mutprobe? Ich wähl. Alles das, was Beine hat. Da, Füße! 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 Füße haben Beine! Und da anderen, ja? Wie man sich dazu vorstellen muss, Füße, die Beine haben. Ja, ist mir wurde mal in der Bio-Arbeit geschrieben. Aminosäuren haben keine Beine. Oh! Weil ich geschrieben habe, Aminosäuren wandern. Äh, Reaper, irgendwie sieht das komisch aus, wenn du sagst. Das klingt komisch, warum wandern die ohne Füße? Ja, ja, deswegen. Und dann hat die Lehrer geschrieben, Aminosäuren haben keine Beine. Ich weiß nicht, dass der Fahrstuhl im Arsch ist, ne? Leiter! Dieser witzige, da kein Gelände mehr. Wir fokussieren doch, aber er hat kein Gelände mehr. Weil es überhaupt gibt, dass es kein Gelände gibt. Wow! Krass Boom gemacht! Krass Boom? Was war das? Krass Boom! Echt? So ein Feuerball-Junge! So ein Feuerball-Junge! So ein Feuerball-Junge! So ein Feuerball-Junge! Nao, ge-giftet! Nao, ge-giftet! Da, Suspekt! Ich glaube, dass... Nao, ge-giftet! Ne, war es 100%ig nicht. Ich dachte gerade für den Moment, dass es wäre Cyberbot, aber es war nicht Cyberbot. Ich glaube, der TS ist gerade am Kacken. Ich glaube, der TS ist gerade am Kacken. Das ist gar nicht in der Situation. Unbeleid, Nabuchan! Ja, wann war das, äh, der Mann? Äh, Cyber, kannst du Navo vielleicht heilen? Nein! Oh, das? Hab ich ja gerade gesagt. Navo, dann mach doch wenigstens... Was ist das denn hier für ein Nebel? Alter, was ist das? Lass doch jemand durch! Ich sage... Ich weiß, wer es ist! Ich weiß es! Dann sag es! Dann sag es! Ich glaube, es war Echse! Okay! Ich glaube! Ich glaube, wir wurden hochgekommen. Das ist kein... Also... Das... War... War... Oh, ja, das... Vielleicht sollte mal jemand nachbekommen dürfen. Hallo, Sney! Sney, lass die Leiche mal in der Deete! Nein! Ich nehme die Leiche, schmäh! Jetzt ist der mit dem Tod gesprungen. Alter, was geht jetzt? Ich bin hier ab und zu, ne? Hallo, Detective! Ich guck! den gefallen tue ich dir nicht ganz ehrlich was du wirst heute auch noch nicht hinter den ohren gekrault war was ist denn jetzt los ist eine fahrschule steckt man ja ich das war gerade weil ich dachte du hättest hier bist du nicht sicher bist nicht eher sicher dass er schwul ist warte 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 ich gehe dann mal das ding nicht begrenzte wurde ich ja dann macht einen job da was soll ich denn tun dass hier keiner verhindert ist also ich bin troon er hat er hat er hat er in den hohen schlitter geschossen m wenn es ein Name beim europa der dritte ich mache die knappe der schwarze die fern der war doch auch und auf der Fall Alter, was ist denn hier mit den Explosionen los? Nein, hört auf! Ich bin's nicht! Der hat so eine RSB, glaube ich. Ist irgendeiner tot? Nein. Hört auf! Hört aus! Aus! Wohlfüß, ich bin's nicht! Tschüss! Tschüss! Und? Warum? 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 Okay. Das war aber auch mehr random als irgendwas, Tana. Ach Mann, gönnt mir doch mal mein Spaß. Ich hab drei Mal Meme gelegt und keiner ist da durchgelaufen. Keiner ist guter, den ich auf die Meme gelegt habe, durchgelaufen. Nau, wo sagt er nur so, ich glaub extra fast was man nana sagt. So als letztes Mal sagt er einfach. Und SNAY, hör auf den Täterbefehl, irgendwann mal! Nein. Niemals. Nein, ich befehle nicht. Also SNAY hört nicht auf Befehle. Ich hab's nicht gesehen, ich bin mir nicht ganz sicher, so ein Blickwinkel dachte. Ich hab sogar einiger gesagt, ich bin von unten hochgekommen. In dem Moment hätte ich mich wirklich erschießen können. Ich schieße jetzt ganz fast auf alle. Nein, 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 nein. Aua. Ich bin draufgeschossen. Irgendwer. Wollt doch draufschießen. Das war nicht. Die Leute. Aua, 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 aua. Disco. BOGO. Dingelingeling. 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 Nein. Ohohohoho. Das war ich nicht. Holige, eine holige holi. Nein, die waren jetzt Naro. Nein, die waren jetzt Naro. Die waren jetzt Naro. Naro sitzt da oben auf dem Präsentierteller. Das ist genau die Richtung, aus der die Granate kommen konnte. Achtung, irgendwo hier ist ne Inzi. Ich hab nix gemacht. Lieber? Du bist doch grad hochgelaufen, oder? Was? Nein. Doch, warte, doch. Na, na. Ich sag doch nicht was Reizwappen. Weil du einseitig im Team auf bist, glaube ich. Na, na, na. Ey, die Brücke ist kaputt. Klaff, Klaff. Wer ist da? Ich bin entgegengefallen. Wer ist da? Ich bin entgegengefallen. Klaff, Klaff. Wer ist da? Ich glaub dir das nicht. Weil ich gesehen hab, die da hochgegangen müssen, dann warst du nicht mehr da auf einmal. Ja. Was ist denn hier eigentlich für'n Klaus? Was willst du? Klaus. Klaus, Klaff. Klaus, Klaff. Ich hab's geschafft. Ich bin jetzt. Das ist hier Leben am Limit, ne? Ich hör die ganze Zeit noch. Na, na, na. Ich glaub, Reeper, du's bist. Ah, Reeper, du's bist. Ich schleif ihn jetzt hier. Das war ne Disco. Alter, ich glaub immer noch, dass du fliegst. Alter, ich glaub immer noch, dass du fliegst. Alter, der kann gar nicht mehr hochgehoben werden, auch jetzt. Wer? Na, na, flieg! Reeper, ich fliege den D-Wing-O-Test-Bahn. Da's Mr. Coke tot ist, wisst er, ne? Okay. Oder? D-Wing-O-Test-Bahn. Na, 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 na. Ich hör auch nicht. Äh, sie bilden mir nicht hier, weil Reeper war vor allem oben, weil er war weg. Es ist ja kurz mit Jürn da. Ich hör sowas falsch gemacht. Jetzt auch. Ich bin der geheiligte Mann. Ach so, hier ist er jetzt. Ey. Jalalala. Wer war das? Warte, es war nicht Wanda, es war nicht Hexe, es war nicht Reaper. Okay. Zwei, zwei, zwei. Hab ihn. Hab ihn. Ich war das mit der Diegel. Und ich hab auch die Diegel gehabt. Der ist schon gestorben. Ich hab ihn aber in dem Moment erschossen, wirklich. Wanda, ich war das nicht mit dem Festland. Ich wollte draus schießen und dann hat schon jemand anderes rausgekommen. Jaja, ist mir dann auch eingefallen. Ich weiß nicht, wo von dir reden. Ja, okay. Und ich bin übrigens die Brücke runtergestürzt. Mich hat irgendjemand die Brücke einstürzt. Hab ich ja versucht mitzuteilen, hat ja keiner gehört. Das sah so genial aus, als Naname entgegengeflogen ist. Ich weiß nicht, wovon ihr redet, was bezüglich der Pässe. Ich hab auch keine Ahnung, wie ich vor ein paar Runden mal gestorben bin. Ich war unten, auf einmal bin ich explodiert, ohne irgendeinen Code. Wow. Ach, ich weiß doch. Jaja. Hab auch vergessen, nach der Runde mal zu fragen, wie ich gestorben bin. Deswegen, ich finde das prinzipiell... Du bist durch den Fass gestorben. Ist das auf mich draufgefallen beim letzten Mal. Ist das auf mich draufgefallen beim letzten Mal. Alle waren da unten weg. Ich spreng die jetzt mit ner Granate. So ungefähr. Wer ist jetzt runtergefallen? Verreckt. Es war bestimmt... Snell, so wie ich es mir denke. Ja, die explodiert's. Ne, ich sterb gern mal durch runtergefallen. Jaja, das mein ich ja. Deswegen, das ist äh... Meine Dinge! Wow! Seilbar! Hallo, Nana. Habt ihr jetzt die Leiche... Ne. Der Burnt noch. Ja? Du musst warten, bis dir das Feuer weg ist. Ja, geh du... Geh du konfirm, wenn du willst, oder? Da oben schießt hier, man. Der Inno-Snell. Der Inno-Sneller ist. Der Inno-Sneller. Der wuff' Granatenrunter, der ist böse! Heeeeee! Ich hab die Granaten nicht geworfen! Oh, shit. Na komm, dann werfe ich dich ja nicht hier hoch. So. Ich hab die Granaten nicht geworfen, deshalb waren die anderen beiden Lappen da oben. Lappen? 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 Ja! Sie waren Handbremsen da oben. Handbremsen? Jetzt läuft's ja immer schlimmer. Was für das Dusch-Schwamm denn? Wann bin ich Dusch-Schwamm denn hier?! Aber wir wollen hier nicht ins Beleidigungsverfahren, Freunde. Ach komm, das sind doch Duschlampe und Handbremse, das geht ja noch. Ah, Fußhupe, du Fußhupe, ey. Solang es nicht die Duschlampe ist, ne? Lol, Nana hat den getötet, Nana hat den getötet. Hier ist einer umgekippt. Nein, hier kippten Leute. Nana war inno, Exe. Ja, der stand im da unkonfirmten Leicht, tut mir leid, lol. Ist das euer Ernst, ihr könnt doch nie alle runterspringen. Leute, was macht ihr da unten? Ja, los, komm, na los, komm. Nein, nein. Warte, 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 das ist das Perfekt. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Komm, Runtschalz. Nein. Los, komm, das wird die beste Szene, Emma, komm. Nö. Och, Mann. Kein Bock zu. Nee, nee, geh da lang, anderer Weg, anderer Weg. Hä? Lol. Wtf? Was denn? Wtf? Wenn mir der Aufzug hängt. Ja, hat ThyssenKrupp wohl nicht so gut gebaut. Ah, jetzt gehts. Lol. Wieso wird der, hä? Das ist, warte. Nein. Halt, wieso sterben alle, aber Leiter runter? Wie geil war das, ihr könnt doch nicht alle da unten schnappen. Und da kommt ein Auge runter. Ja, die Leiter war irgendwie keine Ahnung, was mit der war. Die hat mich nicht mehr festgehalten. Ja, das, äh, genau. War gut, war gut. Wie er auch alle unten auf einem Haufen gelegen haben. Wann hast du da noch die Leiche von Coke hingeschleppt? Nee, nee, ich hab meine eigene Leiche da noch hingeworfen. Ach, so toll. Ja. Und dann krieg ich voll den Headshot in den Rücken, ey. Der Headshot an den Rücken. Der Headshot an den Rücken. Auf jeden Fall, ne? Ja. Kannst du schießen? Leute, ich spreng die Fässer! 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 Nein! Aber der Headshot! Er hat den Rücken geschossen, oder? Also... Ja, gut. Ja. Hab ich Schießers? Ich komm mal in den DT, ne? Ey, lass den DT wollen. Wo ist die Leiche jetzt? Sind da noch Punkte drin? Ja, ja. Okay, dann bin ich auch Proven, weil ich den DT gekauft hab. Hä, Mr. Kirk ist doch Inno. Ne, der ist tot, der ist T. Ach, der ist Inno, der war T. Nee, der ist... Bei mir wurde der als Inno angezeigt. Der ist Traitor. Der ist Traitor. Der hat mir auch als Inno angezeigt. Das wurde rechts oben als Traitor angezeigt. Ja, ich seh's auch. Ich bin Proven schonmal. Wer hat ihn außerdem umgebracht? Niemand ist mir einfach, glaub ich, die Fässer und... und MC. Ich glaube, er hat seine eigene Warnung missachtet. Oh, Mr. Kirk. Ich belebe sie wieder. Cyber hat sie jetzt springen. Ich bin vier, 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 zwei, vier... Hat jemand die Schild? Ne, er ist tot. Der Kreuz wieder dreht. Nein, der Cyber hat eine Granate geworfen. Wow. Hört sich an wie ein Tacker. Ah, der Julio. Nein, ich werde auch wieder mit hoch. Ich werde proben im Gegensatz zu dir. Naja. Du kannst nicht raus, weißt du. Das ist eigentlich... Wieso wird auf Stell geschossen? Weil sie Bock drauf haben. Ich wollte auf die Leiche schießen. Wieso laufen jetzt alle wie... Wie so kleine Mäuschen, weißt du? So der Käse bringt und alle rennen hinterher. Ich hab so... Schimmerhand. Was haben wir da geshoppt gerade? Nabo und Cyber sind beide verdächtig. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. 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 Oh, da hinten ist ein Shield Gun. Ich glaube, Snail ist... Ich glaube, Snail ist der letzte T. Ich glaube, entweder Cyber oder Nabo. Ist doch einfach pures Chaos gerade, oder? Das hört sich so schön an wie ein Tacker. Das hört sich so schön an wie ein Tacker. Hey, Reaper, kannst du mir kurz die zwei Seiten zusammen häften? Wer ist denn den Reifen am Essen? Boah, Reifen, ne? Jetzt ein Reifen, ne? So ein richtiger Traktor-Reifen. ja weil mich auch angeschossen ich bin ja was weiß wenn du na wo ist das so ein chinesische kampf sport das bin ich gut dass wir in der ecke sind aber ich könnte jetzt noch eine insi machen aber das ist voll keine gute idee ich verrate auch nix ich bin ja noch zwei händler ja wenn du da drin stehst musst du irgendwo hinlaufen ich hab nix getan warte 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 kollege verrate ich nix hey das ist gut cyber wenn man dich anwustet bist du dann eigentlich tot oh mein gott wcf wie ist der denn gestorben durch eine explosion aber da hat doch nicht mehr viel gefehlt alle anderen hauen mal jetzt ab hier und cyberbot schau dich mal lebt ihn wieder ich bin proven egal wo bin eh halb tot egal wo ja gut warte kurz auch immer dieses melodische ne was ist melodisch das ist egal hoch du lebst ihn wieder wieso ne zines kurve der hat mich eben angeschossen übrigens der ist sehr verdächtig du bist sehr verdächtig ALARM eben darum wann ist weta eigentlich mit seiner necrophilie da unten fertig was braucht den darf man jetzt wieder runter kommen da ist jemand runter gekommen ich hab noch nen schlag bei ihm übrig mindest wer ist gekommen oh echse ja und da war denn sonst noch wahn war hallo ich ich hä was wann war ja ich bin hier wer denn dann ach der ist wiederbelebt Ja, Cyber hat ja vielleicht 30 Sekunden höchstens. Das wäre witzig, wenn du so hab ich mich fragen würdest oder sagen würdest, oh, da muss ja der Letzte sein und kann wirklich, ich weiß das nicht. Cyber, alternativ, willst du denn, dass jemand stirbt? Jetzt kann ich ihn nicht mehr sehen. Fahrstuhl! Wer denn? Du hast mir 50 Stämme. Cyber, willst du denn, dass jemand stirbt? Nee, du hast ja auch 50 gemacht, genau. Und was funktioniert der Fahrstuhl wieder? Ach man. Das ist ein S. Nee. Ein Snail. Ja, ne, ich denke mal mit der... Der war's aber nicht. Der hat mir eh 50 Damage eben gemacht, wo ich proven war. Also von daher... Headshot? War sonst mal jemand sterben? Das war ich gerade, weil er hat mir eben... Also du hast Snail nicht an die Wand geschrieben, das war er aber leider nicht. Äh... Das Gegenteil von Snail, oder was? Wie so ein kleiner Leuchtturm hier. Vielleicht ist das Gegenteil von Snail, Traitor. Also mit Coke eigentlich. Wann ist denn das Gegenteil von Snail? Das... Also... Äh, Jens ist das Gegenteil von Snail. Es lebt da angezeigt, deswegen. Cyber. Möchtest du, dass Echse stirbt? Äh, liegt Snail? Ja, ey. Ich bin proven. Das... Nein, 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 nicht schießen, nein, nein, nicht schießen. Ich bin proven, als ob Coke die Punkte rausgeholt worden waren, noch Punkte drin, obwohl ich den Dete gecallt habe. Echt? Tschüss. Coke wird mir halt zunehmend angezeigt. Also gehe ich von aus, dass er eventuell wiederbelebt wurde. Äh, das ist ne... Gut, ich überprüfe diese Theorie immer gerade ex. Er hat noch gelehnt, er muss wieder belehnt, mein Name. Ja. Kampuliii. Jo, ich würde sagen, das war's für die Sonne. Ciao, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.